Hallo, heute will ich euch einen kleinen Tipp mitgeben. Wenn ihr Webseiten habt, die ihr auf Änderungen überwachen wollt, zum Beispiel eine Bitcoin-Adresse, da ändert sich ja jetzt nicht täglich was. Hier sieht man 19.09.2021, das ist jetzt wieder ein paar Monate her. Und wenn man das nicht jeden Tag aufrufen möchte, dann kann es sinnvoll sein, Dienste zu nutzen, die einem Änderungen mitteilen. Natürlich würden auch Änderungen am Design von der Webseite oder so dazu führen, dass eine Nachricht kommt, aber man muss halt weniger häufig die Webseite selber aufrufen, sondern man kriegt eine Nachricht. Ich habe da ein paar Links rausgesucht, einmal followthepage.com, relativ simpel. Ich gebe eine URL ein und eine E-Mail-Adresse und dann geht das los. Auch Versionista bietet einem die Möglichkeit. Viele von diesen Tools haben so eine geringe Menge für kostenlos. Also hier kann ich zum Beispiel 5 URLs kostenlos überwachten. Bei Webmonitor kann ich 25 kostenlos überwachen. Da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Und natürlich gibt es auch noch Programme, die ich auf dem eigenen Rechner laufen lasse. Aber das wäre dann ja wieder für Usint in der Bash. Okay, heute war es ganz kurz. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.